Jeden Tag ertönen diese Signale mehr als tausendmal, immer dann, wenn Kunden einfach gehen, ohne zu bezahlen. Der Schaden für den Handel mehr als drei Milliarden Euro jedes Jahr. Die Reaktion, Videoüberwachung gegen eines der ältesten Verbrechen. Meist gehen die Diebe paarweise vor. Experten schätzen, nur jeder Zehnte wird erwischt. Ist es soweit, sind die Ausreden der Langfinger fast immer die gleichen. Das beste Sicherheitskonzept nützt aber nichts. Je höher der Intelligenzquotient, desto niedriger oft die Hemmschwelle zuzugreifen.